Unsere Polizisten sind wirklich schlimmsten Tätern ausgeliefert auf den Straßen, genauso wie auch wir Bürger. Und wie können wir uns selbst davor schützen? Es gibt natürlich die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, ich nehme verschiedene öffentliche Veranstaltungen nicht mehr wahr. Man muss aber auch in den Supermarkt gehen, man muss vielleicht mal dies oder jenes in der Stadt besorgen, kommt zwangsläufig in eine Fußgängerzone und ähnliches. Und dann kann, das muss nicht sein, aber es ist oftmals schon passiert in den letzten paar Jahren in Deutschland, dass eine schlimme Messerattacke passiert. Und davor sollte man sich mittlerweile schützen. Und es ist verrückt, dass wir über solch ein drausames Thema jetzt hier sprechen. Aber ich denke, es ist mit meiner Reichweite in diesem YouTube-Kanal auch meine Pflicht, eben die Möglichkeiten dessen vorzustellen. Und damit Moin zusammen, ich bin Olli, wir gehen direkt rein. Und wir sehen das hier nach tödlicher Attacke in Mannheim. Anti-Messer-Stecher-Schal für Polizisten. Und ist das nicht pervers, Leute? Ist das nicht absolut unfassbar, dass die Polizisten, die für unsere aller Sicherheit sorgen, jetzt mit solch einem Schal hier ausgestattet sind, um für Sicherheit zu sorgen? Das Ganze ist ein Projekt oder wie auch immer man das nennen möchte, eine neue Maßnahme, die jetzt hier bei der Polizei im Saarland gestartet wurde. Mit 3000 Schnittschals, so nennen die sich, also Schnittschutzschals, sind die Polizisten dort jetzt ausgerüstet worden. Und das ist wirklich basierend aufgrund der Situation, die wir ja leider nun mal alle in Mannheim gesehen haben, was dort passiert ist. Nebenbei gesagt, man hört ja nichts mehr von dem Täter, man hört aber auch nichts mehr auf der anderen Seite von den Opfern, sprich Michael Stürzenberger, nur wenn man ihm selber per Telegram oder auf anderen verschiedenen Plattformen folgt und sich darüber proaktiv informiert. Die Presse berichtet ja nicht über den Mann, sodass man mitbekommt. Und nebenbei gesagt, auch seine fünf Mitstreiter, sprich die anderen Personen, die dieser Täter auch schwer verletzt hat, die mussten ja teilweise nochmalig danach operiert werden. Der Michael Stürzenberger hatte noch eine schlimme Zahn-OP auch noch, weil der Schnitt ja durch das komplette Gesicht gegangen ist. Die Zahnwurzel wurde schwer verletzt. Zugleich hat er auch noch eine Knieoperation oder Beinoperation, irgendwas gehabt und ähnliches. Also auch die Reha-Maßnahmen, die laufen auch jetzt noch. Die werden auch noch weitere Wochen laufen. Das darf man nicht verkennen. So und wenn wir uns das Ganze hier angucken, in dem Artikel heißt es, sie halten für uns den Kopf hin. Deutschlands Polizisten stehen immer häufiger hochaggressiven und bewaffneten Tatverdächtigen gegenüber. Ihre Einsätze sind zunehmend lebensbedrohlich. Schreckliches Beispiel, Ende Mai tötete einen Deutschlandleben in Afghanistan, den Polizisten Ruven Ellpunkt. In Mannheim, Baden-Württemberg, mit einem Stich in den Hals. Ja und stellt euch mal vor, der hätte so ein dämliches, einfaches Schnittschutz-Schaltuch oder wie man es dann nennen mag, getragen. Und wäre vielleicht noch unter uns. Ist das nicht grausam, diese Vorstellung allein? Und deswegen muss ich sagen, ich finde es gut auf der einen Seite, dass die Polizei jetzt hier diese Maßnahme ergreift und die Kosten von 60.000 Euro. Leute, was sind 60.000 Euro für Leben? Für Menschenleben? Für die Leben der Polizisten? Das ist ein Peanuts, das ist gar nichts. Sowas wird verbraten durch unsere zahlreichen tollen Politiker bei Auslandsaufenthalten. Ihr kennt das. Ihr kennt diese Sachen. Was wir an Geld jährlich über die verschiedenen ODA rausbuttern, da sind 60.000 Euro Spielkram. Und im Endeffekt auch viel zu wenig. Denn das müsste bundesweit offensichtlich gelten. Dass wir natürlich so etwas benötigen, weil die Grenzkontrollen nicht korrekt oder auch teilweise gar nicht durchgeführt werden, das steht natürlich auf einem ganz anderen Papier. Aber da wir natürlich sehr gefährliches Pflaster in Deutschland mittlerweile geworden sind, sodass Japan beispielsweise eine Reisewarnung für Deutschland ausgegeben hat, aber auch die USA ebenfalls eine Reisewarnung ausgegeben haben für Deutschland, dann muss man offensichtlich unsere Polizisten so schützen. Und wir sehen das Ganze hier sind 3000 Schutzschals, die sie jetzt hier bekommen haben und die haben hier Kosten von rund 60.000 Euro verursacht. Und zugleich wird ja auch noch eine neue Pistole jetzt hier, eine neue Dienstwaffe bereitgestellt. Und jetzt kommt es hier. Schutz im Halsbereich vor mechanischer Einwirkung heißt es. Mit den Schals sollen alle operativ tätigen Kollegen ausgestattet werden. Die Teile böten zusätzlichen Schutz im Halsbereich vor mechanischer Einwirkung und große Einbußen hinsichtlich des Tragekomforts. Der Schlauchschal ist dünn, grau und unscheinbar. Er soll vor Angriffen mit Stichwaffen schützen. Selbst mit einem Teppichmesser lässt er sich nicht zerschneiden. Und ich habe mir das eine oder andere Produktvideo dazu auch angeguckt. Das ist tatsächlich so. Also wenn man da mit so einem Cuttermesser oder sonst was hingeht und dann so am Rumschnitzen ist, dann geht halt hier so eine äußere Stoffschicht kaputt. Aber da drin sitzt so ein spezielles Vlies, irgendein spezielles Material, wo man halt so einfach nicht durchkommt. Ich wage zu bezweifeln, wenn dann eine Machete verwendet wird, ob das wirklich 100% hilft. Aber wenn es zumindest ein Teil hilft und den Schlag halt auch ein bisschen hemmt, den Schnitt, hoffe ich, dass es wirklich was bringt. Ich hoffe es. Gibt die Information auch, dass es diese, also bei welchem Hersteller es die gibt. Und das gucken wir uns jetzt gleich nämlich gemeinsam auch an. Deswegen habe ich ja gesagt, wie man sich selber auch schützen kann. Leider muss man über so etwas mittlerweile in Deutschland nachdenken. Hätte ich auch nicht vor ein paar Jahren schon noch gedacht, dass wir zu solchen Situationen hier kommen. Und das machen wir nämlich jetzt direkt. Das ist nämlich hier der Hersteller Brunni Rock. Brunni Rock heißt der, genau. Mit dem Logo hier oben. Das könnte nicht passender sein, dieses Logo. Hier ein ganz groß sehen wir es auch nochmal. Das ist halt sehr, sehr passend dafür, was die eigentlich benötigen. Also Ritterrüstung wäre sehr gut. Aber natürlich mit Kettenhemm, das hier komplett über den Hals geht. Aber das übernimmt jetzt hier der Schnittschutzschal. Variante Marburg in Black gibt es auch in anderen Farben. Und so sieht der aus. Der sieht ja wirklich unscheinbar aus. Es stellt sich natürlich direkt die Frage, wird das jeder Polizist jetzt im Herbst, Winter bestimmt tragen? Wie ist das im Sommer? Wie ist es im Sommer, wenn man schwitzen anfängt und dann auch schwer Luft bekommt, könnte ich mir vorstellen, unangenehmes Tragegefühl hat durch den Schweiß drunter? Schwierig. Wir sehen dann hier die Situation, wie das Ganze funktioniert. Das heißt hier, dieser gelbe Bereich zeigt den Schnittschutzbereich. Und im oberen Teil ist extra nichts, damit man es auch so ein bisschen hier über die Nase ziehen kann, wenn es jetzt im Winter beispielsweise kalt ist oder ähnliches. Ja, das Ding kostet hier, gibt es in der Unigröße, zack, das hier 39,90 Euro. Es ist schrecklich. Es ist wirklich einfach nur schrecklich. Hier sehen wir auch noch andere Farben gibt es. Und dann gibt es aber auch noch eine andere Variante, die ich rausgesucht habe. Die ist Schnittschutz- und Flammenschutzschal in einem. Falls man irgendwie damit rechnen sollte, auch noch irgendwie Feuer hier abzubekommen oder ähnliches. Oder vielleicht irgendwo in einem Brandgerät sich das Teil auch schützend vor die Nase ziehen kann. Ich schwese, nett. Ist auf jeden Fall ein bisschen teurer. Hier Schnittschutz vom Halsansatz bis zum Kinn und rundherum integriert, heißt es hier. Hier vollständiger Flammenschutz ist ebenfalls mit dabei. Hier Flächenbeflammung für 10 Sekunden geschützt. B1-Schutz gegen konvektive Hitze 4 bis 9 Sekunden und Schutz gegen Strahlungshitze ist auch noch dabei. Ist natürlich ein bisschen teurer, kostet nicht 40, sondern hier knapp 60 Euro. Also schon ganz interessant, was es alles gibt. Und wenn wir hier ins Impressum gucken, das ist halt auch wieder mal schön anzusehen. Eine Firma hier aus Deutschland, aus Neuss. Und da muss man doch an dieser Stelle wirklich sagen, einerseits schön, daran sieht man doch wieder den Empfindergeist in Deutschland. Und die Möglichkeiten, die es gibt, was man erreichen und was man machen kann. Aber es ist einfach genauso auf der anderen Seite absolut pervers, wenn man sich überlegt, dass so etwas in Deutschland offensichtlich für die Polizei und für auch Bürger notwendig ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung unten rein. Abo nicht vergessen und ciao.